so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal schön dass ihr alle dabei seid ich habe hier ein mock soweit erst mal fertiggebracht wie ich hinbekommen habe und wollte das jetzt mal erst mal im kompletten zeigen und dann wollte ich euch das ganze innere zeigen und vielleicht film ich jetzt erstmal von außen herum so schaut das ganze aus ihr habt natürlich jetzt 10.000 fragen ich kann alles mal rundherum erklären also ich habe hier diese löwen flaggen noch übrig gehabt von irgendein lego set und auch ein paar ritterfiguren und wusste nicht was ich mit dem mache und die habe ich da eingebaut da komme ich später dazu das soll so ein altes fürstliches gebäude sagen wir mal sein was jemand modernisiert hat und hier oben sieht man schon diese wellness oase die ich da eingebaut habe und von hier oben sieht man ja diese lavendelsteine das würde ich jetzt sagen ist halt quasi der teil der neu dazugekommen ist bei der modernisierung hier haben wir auch schon Ratte entdeckt hier wächst dann noch so ein efeu hoch an der seite kleine kamin dieses rote einmal ein surrounder die ich da reingelegt habe die körner eigentlich in schwarz habe ich natürlich nicht so viele jetzt habe ich gedacht schaut was ich viel habe und ich habe diese von sämtlichen autosets diese roten lichter eigentlich und dachte mir sollte packe ich die einfach oben drauf und jetzt lasse ich das erst mal so bis ich die passende farbe gefunden habe und dann lege ich die irgendwann rein genauso weiß ich ja nicht das könnte meine sagen ob es diese 2x2 fließen auch mit diesem abgerundeten gibt wahrscheinlich nicht ich habe es nicht gefunden ich habe das jetzt so gelöst muss ich auch gucken beim einbau kann es sein dass sich das gesamte dach hier noch mal ändert weil es hier hinten dran gebaut ist hier kommt quasi die feuerwehrstation hin und dementsprechend ist da sind da zwei noch einen platz für stromanschluss etc da kann es sein dass das hier rein ragt das muss ich mir jetzt mal angucken hier habe ich noch so ein lichtschacht da leuchtet es eigentlich rein und den habe ich da jetzt auch noch integriert das highlight hier ist glaube ich dieser wie so eine art botanischer garten wellness oase da liegt auch schon eine die sich da wohl fühlt und hier habe ich noch so einen pinken baum ich habe da so holzfließen her genommen das ist ja auch schon zu sehen dass da so ein weg ist der sich da entlang schlängelt und mit ein paar palmen und verschiedenste pflanzen habe ich versucht herzubauen auch so schilfähnlich habe ich das da hinten und ja so palmen und dann noch diese hier so hoch schlängeln ich weiß gar nicht wie die heißen ja auch ewig nicht gewusst wo ich die rein bauen sollte dachte ich das passt jetzt ganz gut ja diese zaunelemente von den jago ich glaube ich passt ja ganz gut in diese welt des oases so und was wir später auch noch machen können hier ist dieser außen pull so eine art infinity pull hoppala da sieht man schon das glas das muss noch alles mit einmal ein surrounder trans clear blue aufgefüllt werden habe ich halt nicht sind noch bestellt und was mir auch gefällt sind hier diese das sieht man hier hinten ganz gut da habe ich an der wand so holzfließen hergenommen das ist halt so laminat mäßig ausschaut wie so panelen hier sind noch verschiedene fenster arten mit bepflanzung und so säulen ich habe natürlich nicht alles ganz genau gleich gemacht also das fenster gleich dem hier und die beiden gleichen sich und hab's ein bisschen variiert das ist anders ausschaut aber ich glaube das ist ja öfter so das hier so ein ehemalige fenster darstellen die zugemauert worden sind das ganze habe ich dann hier auch auf der einen und hier ist es nochmal versteckt und dieses runde fenster hier kommt dem hier sehr gut genau gegenüber also oben im nächsten stock und hier habe ich nochmal so eine fensterreihe reingebaut das ist noch aus dem aus einem anderen lego set und das ist hier eigentlich in orange mit den schalasieren dachte aber ich nehme jetzt auch dieses lavendel her weil das dann einfach zu dem ganzen gebäude passt so jetzt kann ich mal oben anfangen das dach wegzunehmen also dazu genau das was runter hier also man sieht hier auch ich kann das ja mal einspielen wie ich das hier gebaut habe da habe ich noch eine ecke rausgenommen damit das hier anliegt das ist wirklich nicht einfach gewesen hier nehme ich das auch mal raus natürlich hier auch mit blauteile drin aber ich habe halt versucht alles herzunehmen was ich habe das stützt hier das dach das kleinere und die beiden stützen das große dach so fangen wir erstmal von hier an hier ist ja so ein kleines oder hier so ein kleines bett das habe ich in so einem snobbautechnik gebaut so schaut das quasi aus zu goldenen füßen und ähm ist da hinten an der ecke festgemacht das mache ich später nochmal zum reinbauen hier eine flasche zum trinken pflanzen hier noch mal pflanzen so hier ist auch kein wasser drin und da können auch diese transblue äh transblue steine ich hätte mal hier so ein paar mit einer dusche auch getränke so schauer gelzeug keine ahnung und so sollte der pool ausschauen wenn dann die baden und die haben später in der stadt einen wunderschönen blick von hier hier habe ich noch einen schrank eingeschaut eingebaut der hat eine bestimmte funktion wenn denn ihr seht schon hier geht schon eine treppe hoch ich habe hier eine tür eingebaut so schaut das aus so grün sieht ja keiner hier sieht auch keiner die farben das ist schön versteckt und das soll dann auch zu einer moderneren küche ausschauen mit waschbecken und herd und die clips dann einfach da hinten dran hier habe ich auch noch mal so ein holzpaneel hier habe ich auch noch mal so ein efeu was runter wächst oder so so und darum habe ich jetzt hier so SWAT-Einheiten drin die hatte ich auch noch oben stehen, die Pinning ist sehr schön und ähm ich habe mir überlegt gehabt dachte ich mir was jetzt hier so eine reiche Villa ist dass die da quasi so eine Razzia machen oder sowas und da ist in jedem Stockwerk ist so Polizei unterwegs und wollen halt da diese Bude hochnehmen genau hier habe ich noch ein paar Papageien Papageien und so sind warum ich jetzt diese Knochenteile hatte die auch noch übrig dachte ich mich tue ich sie auch noch dekorativ da irgendwo hin mache hier habe ich noch so Trullen und so Weinfässer wie gesagt es handelt sich auch um so eine alte Fürstentum so ein bisschen mit dem die Ritterzeit hier habe ich noch einen moderneren Sicherheitscomputer vielleicht für die Alarmanlage da macht sich auch gerade einer dran und schaut ob er das deaktivieren kann hier habe ich wie gesagt mal so Schwerter vielleicht aus verschiedenen Expeditionen da habe ich noch so eine Art Gästeblatt da will ich nachher noch Licht dran machen das dauert noch hier habe ich noch so einen Schrank den kennt ihr noch vielleicht aus einem anderen Set was ich jetzt zerstört habe das kann ich ja mal einblenden dann hier habe ich noch so eine Art Polizistin so ein leerer Croft Verschnitt und hier geht es dann mit so einer Pseudotür auf die Toilette da habe ich dann auch mit Klorolle und Licht und Spiegel soll das darstellen hier habe ich noch ein paar Bilder natürlich überall hingemacht dass die Wände nicht so leer ausschauen das kennt ihr auch noch das ist von einem auch aus diesem bestimmten Set was ich mal zerstört habe da habe ich noch diesen Computer gerettet und diesen Nerd der da spielt hier sind auch nochmal so Bücher und der hat ihn jetzt quasi auch gerade mal kurz in Schach genommen dass der stehen bleiben soll natürlich habe ich so Rundböger eingebaut dass es nicht überall Tür ist aber hier fehlt noch eine Tür komme ich gleich dazu hier habe ich ja diesen aus diesem Unboxing diesen Stern da fehlt mir noch die Mitte die müsste es dann auch bald eintrudeln natürlich auch wieder einen von so einem SWAT Team der schaut auch aufs Land raus ob da irgendwelche unterwegs sind hier die haben so ein Inspektionsteam mitgenommen oder so einen Detektiven der schaut sich an was da hier für Weltgegenstände sind ja auch so ein Knochen das ist dekorativ und auf so einem Regal hier habe ich noch so einen alten Fernseher oder Flachbildfernseher was heißt halt ein bisschen größeren eingebaut und das hier soll eigentlich kein Mensch darstellen sondern eine Ritterstatue die an der Wand quasi hängt dann habe ich natürlich hier noch einen Inspektor der schaut auch ob die eventuell Gold finden auch noch wie gesagt das kennt ihr auch noch ein Buchregal wie gesagt das ist ja auch Schiebelsteg Buchregal so hier das wird jetzt interessant hier ist nämlich das ist aus einem Set aus so einem Polizeiset das sieht aus wie so Diamantenraub quasi und die haben quasi da so eine Art Tresor und man sieht auch schon dass hier so Goldteile sind und so eine goldene Ritterausrüstung das soll quasi dann mal der Safe darstellen von dem Haus und das ist das was sie suchen fehlt natürlich leider noch eine graue Tür die ist auch bestellt die kommt dann da mal dran und mit so einem Schloss davor da ist da quasi halt nicht jeder rein kann da gehts übrigens so runter und hier nach oben das kommt und man hier quasi raus dann auch noch einer vom SWAT Team diverse Bilder wie gesagt überall aufgenommen hier ist auch noch so eine Ritterausrüstung ich habe auch überall vom Schild solche genommen wo auch dieser Löwenherz drauf ist die Autos von denen das soll übrigens ist es zwar in der Straße natürlich aber das soll später quasi ein Garagen- oder Unterstellplatz sein es ist schon Wahnsinn dass das ganze eigentlich das gesamte Gewicht hält aber es funktioniert also hier später kommt die Stadt man steht quasi von der Seite wo hier dieser Rundell ist hier ist die Feuerwehrstation deswegen ist hier einfach eine flache Wand und hier gehts quasi über den Bahnübergang rüber und man kann quasi dann auch noch hier die Autos quasi abstellen so wie die beiden hier und da haben wir noch so einen Feuerlöscher den habe ich schon beleuchtet das wisst ihr ja und da habe ich dann auch noch hier ich ziehe den mal kurz weg ein Loch vorbereitet da kommt das Kabel dann durch der ist dann quasi immer fest dort und hier drinnen habe ich quasi ein bisschen Platz geschaffen das ist zwar so ein Elektrokasten so soll das mäßig ausschauen aber dahinter ist Platz da kommt quasi dann das USB-Kabel rein und kann dann ein bisschen verstaut werden und ja das ist auch noch irgend so ein Abstellraum ist jetzt nichts drinnen groß aber muss jetzt auch nicht sein von der anderen Seite ist auch noch Platz ich kann das ja mal zeigen wo ich quasi außensehend daneben gebohrt hatte das ist aber genau die Position ungefähr wo das Kabel dann reinkommt und hier wird dann quasi später das ganze Gebäude beleuchtet was ich noch nicht gemacht habe und wird wahrscheinlich im nächsten Update erst passieren jetzt baue ich das ganze nochmal kurz zusammen dann könnt ihr mit dabei sein und dann erzähle ich noch ein bisschen was so so sieht das ganze dann aus wenn hier vorne Wasser drin ist diese Schweinsdunklier Steine wie gesagt ich hätte gerne die einmal Underwounder nicht so grobe Steine, große so sieht das aus kann man auch mal eine Figur reinsetzen die sie dann badet zum Beispiel die da hier in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen ich weiß nicht wann ihr euch das Video anschaut und abschede mich noch in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal